Guten Abend zusammen, hat jemand Geburtstag? Gestern habe ich gehört, hat Renate Geburtstag gehabt. Lasst uns Happy Birthday singen für Renate. Happy Birthday, dear Renate. Happy Birthday to you. Und viele mehr. Amen. Renate will pray for you at the end of the service today. Praise God. Well, are you ready for the Word, the Word, the Word? Nun, seid ihr bereit für das Wort, das Wort, das Wort? This is a great night in the Word. Das ist ein großartiger Abend im Wort. Amen. Amen. Hallelujah. Father, we just thank you for this great night in your Word. Father, wir danken dir für diesen großartigen Abend in deinem Wort. And your Word is your thoughts. Und dein Wort sind deine Gedanken. And it's your thoughts that get into our thoughts. Und dass deine Gedanken in unsere Gedanken kommen. And as we think in our hearts, so are we. Und so wie wir in unserem Herzen denken, so sind wir auch. And as our mind is renewed, Und wenn unsere Gedanken erneuert sind, And your Word comes in contact with who we are, Und dein Wort in Kontakt kommt mit dem, wer wir sind, All your powers release through our lives and things change. Und dann wird deine Kraft freigesetzt in unserem Leben und wir werden verändert. Und Heiliger Geist, Du bist der Lehrer. Du bist derjenige, der Offenbarung schenkt. Und jetzt, Bist du willkommen, um zu fließen und durch mich zu sprechen. Und dass du das Wort des Vaters und das Herzen eines jeden Einzelnen hier heute sprichst. Thank you, Father. Vater, danke. For speaking to your family tonight here and over the live stream. Dass du zu deiner Familie sprichst und auch über das live stream. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray and we believe. Beten wir und glauben wir. Somebody say Amen. Und sag mal Amen. Alleluia. You can open your Bible tonight. You can open your Bible tonight. You can open your Bible tonight. To 1 Kings, the 18th chapter. Im 1. Könige Kapitel 18. And we've been teaching this series on Elijah and Elijah. Wir haben eine Lehrserie begonnen über Elia und Elisa. And we've been learning a lot of things about leadership. Und wir haben eine Menge über Leidenschaft gelernt. About the supernatural power of God. Über die übernatürliche Kraft Gottes. About God's provision. Über Gottes Versorgung. About prayer. Über Gebet. And on and on. Und so weiter und so weiter. In 1 Kings, the 18th chapter. Im 1. Könige 18. Kapitel. Let's begin reading in verse 1. Lasst uns anfangen im Vers 1 zu lesen. It says. That heißt es. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year saying go show thyself unto Ahab and I will send rain upon the earth. Und da heißt es. Kapitel 18, Vers 1. Und es vergingen viele Tage. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Tyre. Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Und erinnert euch. That the nation of Israel was worshipping Baal. Dass die nation Israel Baal angebetet hat. Und Baal war der Fruchtbarkeitsgott, der Gott der Landwirtschaft, zu dem sie gebetet haben, damit sie eine Ernte bekommen. Baal war auch bekannt als der Sonnengott. Und Elia ging vor Ahab. Er war der Schlimmste von acht Königen. Und alle acht Könige nach der Regierungszeit von Salomo haben das Volk Israel mehr und mehr weg von Gott geführt. Und so Elijah comes on the scene. Und Elia tritt nun auf. Und er ist unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, es wird nicht regnen. Und er sagt, so wahr der Herr, Gott lebt, es wird nicht regnen. Und es ist herausfordernd. Und wisst ihr was? Wir haben den wahren Gott. Größer ist der, der in uns ist. Als der, der in der Welt ist. Und wir sehen, dass so viele Menschen hineinkommen. Und über übernatürliche Dinge sprechen. Esoterische Dinge reden. Und es gibt verschiedene und viele verschiedene Arten von Religionen in dieser Welt. Und auch diese Nationen wirken in übernatürlicher Kraft. Aber ich möchte euch was sagen. Und größer ist der, der in dir ist. Als der, der in der Welt ist. Und wir haben kein Abbild, sondern wir haben das Echte, das Wahre. Und unser Gott ist immer größer. Und mit dieser endzeitlichen Bewegung wird Gott Dinge durch uns wirken. Um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Und das ist genau die gleiche Situation, die wir hier vorfinden. Israel hat Gott versagen. Sie sollten ihn auf der Erde representieren. Sie sollten Menschen zu ihm bringen. Ja, Israel war bestimmt dazu, die Herrlichkeit Gottes und das Angesicht Gottes wiederzuspiegeln. Aber sie haben es nicht geschafft, sozusagen. Sie sind nicht dorthin gekommen. Und wenn Elia dorthin gelangt, an diesen Ort. Er kommt an den Ort und er kommt an den Punkt, wo genug genug ist. Enough is enough. Genug ist genug. Amen. Amen. Und, you know, as Raphaela was ministering tonight. Und als Raphaela abends getient hat, im Wort. The Lord spoke up in my heart. Hat der Herr in mein Herz hineingesprochen. And he said, get ready. Und er hat gesagt, mach dich bereit. Because you're going to be challenging a lot of religious things. Und du wirst viele religiöse Dinge herausfordern. And we're going to be challenging a lot of religious spirits. Und wir werden viele religiöse Geister herausfordern. And, you know, I want to know what the word says. Und ich möchte wissen, was das Wort darüber sagt. And this is what I'm interested in. Not some tradition and not some religion. Und ich möchte wissen, was das Wort sagt und nicht irgendeine Religion oder irgendeine Tradition. And we got some of this junk in the church. Und wir haben diese Art Dinge in der Gemeinde. Aber sag zu deinem Nachbarn. Gott wird diese Dinge herausschlagen. Gott wird diese Dinge herausschlagen. Und eine der Dinge, die diese Kühe sind weibliche Prediger. Diese Idee, dass Männer das Wort Gottes nicht lehren und predigen können. Es gibt viele gesalbte Frauen. In der Bibel. In der Bibel. And I can prove it out. Take the Bible school. We show you several examples. Und finde es heraus. Prüfe es. Wir haben Lehreinheiten in der Bibelschule. Ich kann es gemäß dem Wort nachweisen. Der Heilige Geist ist derjenige, der in gleicher Weise wie in Männern als auch in Frauen wohnt und lebt. Es ist die gleiche Salbung. Es ist kein männlicher Heiliger Geist oder kein weiblicher. Es ist die gleiche Salbung. Und ich habe es letzten Sonntag zu Raffaela gesagt. Ich bin wirklich froh darüber, dass wir beides haben. Denn Frauen können Dinge auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Sie sind anders geschaffen und sie haben eine andere Sichtweise. Sie haben eine andere Sichtweise. Und auch Männer haben eine andere Sichtweise, denn auch sie sind anders geschaffen. Und Gott bringt das Wort durch beide. Und das kann eine kraftvolle Segen sein in der Gemeinde. Und es muss nicht so sein, dass jede Frau eines Pastors eine Predigerin oder eine Lehrerin sein muss. Aber wenn es in dieser Weise so ist, dann wird es sich auch manifestieren. Amen. Halleluja. Halleluja. So anyway, the Lord, you just put on my heart. Talk about that a little bit in the opening. Ja, und der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, bring das ein bisschen am Anfang. Sprecht darüber. And you know, our heart Wisst ihr, unser Herz is to see everybody in the church in their place. Ist es jeden, der in die Gemeinde geht, an seinem Berufungs- und seinem Bestimmungsort zu sein. Vollkommen gesalbt Und voll dessen, vollkommen das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Und wenn es ums Reinigen, Saubermachen geht Und wenn du eine Offenbarung darüber hast, was Reinigen oder Saubermachen an sich hat Dann wird es niemals mehr eine Sache sein, wo du über dich beklagst oder murrst, sondern es wird eine Ehre sein für dich. Denn es ist Teil der Ausbreitung des Reiches Gottes. Amen. Oder Kinderdienst, oder Geschäft, oder Finanzen, all diese Dinge. Das war nur etwas, was ich mitteilen wollte, was auf meinem Herzen ist. Danke, Herr. Und ich weiß nicht, warum, manchmal Leute kommen in, sie kommen in fünf Minuten und kommen auf und gehen. Wie verrückt. Und warum ist es so, dass Menschen hier reinkommen für fünf Minuten und dass sie sich dann wieder aufmachen und weggehen? Kommt hierher und hört zu. Und wenn du es nicht magst Und dann erwarte wenigstens bis zum Ende und dann gehe weg. Ja, und Gott, manchmal sendet der Feind Menschen, die nichts anderes als Durcheinander und Schmerzen erzeugen. Und das ist sein Werk. Halleluja. Amen. So, wir gehen vorwärts. Sag zu deinem Nachbarn, wir gehen vorwärts. Und wir werden nicht übereinstimmen mit allem hundertprozentig. Jeder. Es gibt vielleicht ein paar kleine Sachen. Aber ich sag dir was. Wir möchten die Wahrheit. Und manchmal müssen wir Dinge auf das Bücherregal stellen und sagen, wir wissen es nicht. Und später dann haben wir einen Aha-Effekt. Und du siehst es. Halleluja. All right. So, lasst uns fortfahren. So, Vers 1. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Türe. Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. So, es hat bis dorthin noch nicht geregnet. Und erinnere dich, Elia hat gesagt zu Ahab, es wird bis dahin nicht regnen, bis ich sage, dass es wieder regnen wird. Was eine Manifestation der Wunderwirkung war. Und Elia ging zu Ahab. Und Elia ging zu Ahab, sich zu zeigen, die Hungersnot in Samaria, aber war schwer. Und Ahab rief, Vers 3. For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took a hundred prophets and hid them by fifty in a cave and fed them with bread and water. Vers 4. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadiah hundert Propheten und versteckte sie, ihr fünfzig Mann, in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab, Vers 5, sagte zu Obadiah, geh durch das Land, zu allen Wasserquellen und zu den Bächen, vielleicht findet sich noch etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben halten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Und es gibt viele Dinge, die wir ausgearbeitet haben und die wir auf den Punkt gebracht haben vorher. Obadiah war ein Mann Gottes. Aber er diente Ahab. Und Ahab hatte das Volk in der Anbetung Baals angeleitet. Und es waren viele Propheten, die getötet worden waren. Durch Isabel. Aber Obadiah hat es eigenverantwortlich so organisiert, dass er hunderte, hundert Propheten Gottes sozusagen versteckt hat. Und er hat sie in zwei Gruppen aufgeteilt. 50-50 und hit them in Caves. Und er hat 50-50 hier aufgeteilt und hat sie in Höhlen versteckt. Und hat das Geld von Isabel verwendet, um sie zu versorgen. Wow. Wow. Ahab hat sich nicht um die Menschen gekümmert. Aber er hat sich um seine Tiere gekümmert. Und es hat noch nicht geregnet. Und er sagt zu Obadiah, geh mal hin und schau mal, ob du noch etwas Futter findest für diese Tiere, damit sie nicht sterben. Und er sagt, geh du deinen Weg. Und ich gehe auf einen anderen Weg. Und wir werden sehen, was wir finden können. Um meine Tiere zu füttern. Und was geschieht? Remember, Elijah has been in this widow woman's house. Und erinnere dich daran, Elia war im Haus der Witwe. Und Gott ist supernatürlich, sozusagen, versorgt dort. Zusammen mit der Frau, ihrem Sohn und ihm selbst. Elijah has raised her son from the dead. Elijah hat den Sohn dieser Witwe von den Toten auferweckt. Elijah has been supernaturally fed by ravens. Und Elijah wurde auch übernatürlich durch Raben versorgt, gefüttert. Water has been supernaturally provided for him. Ja, Wasser wurde übernatürlich zur Verfügung gestellt für ihn. Und er war für drei Jahre im Vorbereitungstraining. Er wartet auf Gott. Für drei Jahre. Und jetzt sagt Gott, du bist bereit. Du gehst zurück und gehst zurück und stell dich vor das Angesicht des Ahab. Und du wirst diese Propheten des Baals, herausfordern. Und was geschieht? Und Obadiah ist nun draußen unterwegs. Und er schaut nach Wasser und nach Nahrung aus. Und wer kommt ihm über den Weg? Jemand, von dem er nicht erwartet, dass er ihn sehen und treffen wird. Elijah. 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 Ja, du musst verstehen. Ja, du musst verstehen. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, dem Volk und den Menschen wurde gesagt, dass Elijah derjenige war, der für diesen Zustand verantwortlich war. Sie haben ihn in drei Jahren gesucht und ihn verfolgt und konnten ihn aber nicht finden. Er war unter dem Schutz Gottes. Gott hat ihm gezeigt, wo er hingehen soll. Gott hat übernatürlich für ihn versorgt. Er hat Gott gehorcht. Er hat das getan, was Gott ihm gesagt hat, dass er tun soll. Er ist zur rechten Zeit am richtigen Ort. Amen. Und er kommt nun auf den Weg. Dann heißt es. Und als Obadiah auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elijah entgegen. Und er erkannte ihn und fiel vor sein Angesichts und sagte, bist du es, mein Herr Elijah? And he answered him, I am. Go tell my Lord. Behold, Elijah is here. Und er sagte zu ihm, ich bin es. Geh hin. Sage dann dem Herrn. Siehe, ich bin, ich, Elijah, bin da. Und Obadiah denkt sich, okay, in Ordnung. Und Obadiah wird sich gesagt haben, was denkst du denn, hast du eine Vorstellung, was in diesen drei Jahren passiert ist? Und du möchtest von mir, dass ich zu Ahab gehe und ihm sage, dass du da bist? Er sagt, was, habe ich gesündigt? Ist es ein unbekannte Sünde in meinem Leben? Vers 9, er aber sagte, worin habe ich gesündigt? Gibt es eine unbekannte Sünde in meinem Leben? Und Vers 9, er aber sagte, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? Vers 10, so war der Herr, dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Ja, ihr müsstet auf die Bibel schwören und müsstet sagen, ich habe ihn nicht gesehen, ich schwöre, ich habe ihn nicht gefunden, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, und es war so verzweifelt für Ahab und Isabel, Elia zu finden und diese Maßnahme haben sie dann ergriffen, deshalb waren sie so verzweifelt, um diese Dinge auszuloben, sozusagen. Und nun, Vers 11, you say, go tell my Lord, behold, Elijah is here. Und du sagst, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Hast du deinen Verstand verloren? Bist du verrückt? Und dann sagt er, das wird geschehen. Ja, right. I'm gonna go tell him, Elijah. Okay, ich mach mich auf, ich geh hin und ich sag's ihm, Elia. But then you're just gonna be caught away, you'll be gone. Then I'm a dead man. Und dann wirst du hinweggenommen und ich bin ein toter Mann. Look at the next verse. Schau mal auf den nächsten Vers. And it shall come to pass, und es wird geschehen, as soon as I've gone from thee, wenn ich von dir weggehe, that the spirit of the Lord shall care thee whither I know not. And so when I am come and tell Ahab, he cannot find thee, he shall slay me. But thy servant fear the Lord from my youth. Vers 12, es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht wohin. Wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und ein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Was it not told my Lord what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid a hundred men of the Lord's prophets by fifty in a cave and fed them with bread and water? Vers 13, in meinem Herrn ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte. I mean Elijah, it's enough for me to tell him that I've seen you. Elijah, es ist für mich genug, dass ich dich gesehen habe. But do you have any idea what's going to happen when they find out that I hid God's prophets in caves? Und kannst du dir vorstellen, was passieren und geschehen wird, wenn sie herausfinden, dass ich die Propheten Gottes in einer Höhle versteckt habe? And now thou sayest, go tell thy Lord, behold Elijah, he is here and he shall slay me. Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elijah ist da, dann wird er mich umbringen. Und Elijah sagte, as the Lord of hosts liveth, before whom I stand, I will surely show myself unto him today. Elijah aber sagte, so wahr der Herr, der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. Ja, und so, so traf er, der Obadiah, den Elia, und der Elia, machte sich auf, um vor Ahab zu stehen. Alright, verse 17. Vers 17. Und da heißt es, es geschah, und ich möchte eure Aufmerksamkeit erwecken, und da heißt es, als Ahab Elijah sah, er kommt ihm nicht mal in die Nähe, er hat ihn aus der Entfernung gesehen, und er hollers to him, und er ruft aus, er schreit aus, Elijah, are you the one, bist du es, you're the one that is creating all of this trouble in my land, bist du derjenige, der all dieses Durcheinander und diese Schwierigkeiten in meinem Land hervorgerufen hat, and this is what they've been telling the people. I'll tell you something, there'll be times in your life, in the world, that people may go against you. When Leute gegen dich angehen, you may not be the most popular person, du wirst nicht die populärste Person sein, and there may be times that they try to put the blame of their problems on you. Und es wird so sein, dass sie ihre Probleme oder die Schuld ihrer Probleme auf dich schieben werden. Es ist ein alter Trick des Teufels. It's exactly what happened with Adam and Eve. Es ist das gleiche, was mit Adam und Eva geschehen war. It's an old trick, and this is exactly what's going on here. Und es ist ein alter Trick, und es ist das gleiche, was hier vor sich geht. And this king and this woman have told the people, it's because of that prophet. Und dieser König und diese Frau haben dem Volk gesagt, es ist aufgrund dieses Propheten. Aber Gottes Intention dabei was for there to be repentance. War es, dass sie umkehren. For them to come back to him. Dass sie zurückkehren zu ihm. And whenever God works this way, und wenn auch immer Gott auf diese Art und Weise wirkt, there's always a choice. Dann gibt es immer eine Auswahl, eine Wahl. Wenn du eine Entscheidung triffst, umzukehren, und du sagst, Herr, ich erkenne hier, dass ich nicht die richtige Sache getan habe, und zurück zu ihm kehrst, in Gemeinschaft mit ihm, und wir machen auf diesen Weg weiter und unsere Herzen verhärten sich. Und deshalb ist es manchmal so, dass die Situation in dem Leben von Menschen schwieriger und schwieriger und schwieriger wird. Gott möchte das Beste. Er möchte das Beste für sie und das Beste für uns. Und wenn dieser König einmal seinen Stolz abgelegt hätte, denn du musst verstehen, dass dieser König nun verantwortlich ist für die Baalsanbetung, was mit hinein nimmt alle Arten von sexueller Sünde, das war die Praxis da, was das Opfer von Kindern mit einschließt, wo sie ihre Kinder ins Feuer geworfen haben, es war reine Dämonenanbetung. Und Jezebel ist Teil davon, denn sie unterhält und hat Gemeinschaft jeden Tag mit den Baalspropheten in ihrem Haus. Sie ernährt sie. Sie ziehen voneinander. Und nun haben wir ein Hauptgericht, sozusagen. Und Gott sagt nun, es wird nicht regnen. Bis sich diese Situation wendet. Und zu der Zeit, als Elia auftritt, Israel hat eine lange Durchstrecke hinter sich gebracht. Könnt ihr das sehen? Halleluja! Halleluja! Aber die Menschen, und hier ist nun die Sache, die Menschen haben nicht vergessen, was mit Abraham geschah, mit Isaac, mit Jakob. Wisst ihr, es geht um Menschen. Und es ist die Verantwortung der Leidenschaft in der Gemeinde sich um die Menschen zu kümmern. Sie denken über Menschen nach. Dass sie Menschen in die Wege Gottes hineinführen. Dass sie Menschen daran nennen, wenn es Gott ihre Quelle ist. Halleluja! Es ist so wichtig. Erinnere dich an Jesus, als er im Tempel war. Ja, und er die Geldwechsler rausgetrieben hat. Warum hat er das getan? Weil die Religion hat die Menschen für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Sie sorgten sich nicht um die Menschen. Sie sorgten sich nur um sich selbst. Und um ihren persönlichen Profit und Gewinn. Versteht ihr das? Und wir haben die gleiche Situation, die hier vor sich geht. Diese Prophete, Jezebel, Ahab, they're all living good at the expense of everybody else. Ja, und Ahab, Isabel und diese Propheten, sie leben auf Kosten der anderen Menschen. Und Elijah comes and says, enough is enough. Und Elia tritt auf und sagt, genug ist genug. Aber er weiß, dass das Volk, die Menschen, dass sie zu verschiedenen Zeiten an Gott denken. They're thinking about what has happened with their families in the past as they have worshipped God. Ja, sie denken darüber nach über ihre Familien und wie sie in der Vergangenheit Gott angebetet haben. So haben wir nun ein Erwachen. Wisst ihr, das ist es, worum es zur Reformation in diesem Land ging? Ich sage nicht, dass ich alles mit allem übereinstimme, was Martin Luther getan und gesagt hat, aber es war ein Erwachen. Und es brachte die Menschen zurück zur Bibel als ihre Quelle und nicht die Religion und um im Wort nach der Wahrheit zu suchen. Und Gott wird es tun. Und es gibt viele Beispiele in der Geschichte, wo Gott es auch so gewirkt hat. Halleluja. Halleluja. Er möchte das Best. Er möchte das Beste für jeden. Aber manchmal religiöse Leidern gehen so weit in Religion dass sie harden ihre Harts und sie nicht über die Menschen sondern über ihre Positionen. Ja, und manchmal gehen religiöse Menschen so weit in der Religion dass sie ihre Herzen verhärten und dass sie sich nicht um die Menschen sorgen. Halleluja. Halleluja. Alright, so was geschieht hier nun? Ja, da heißt es Vers 17 und es geschah als Ahab Elia sah da sagte Ahab zu ihm bist du da der Israel ins Unglück gebracht hat und er antwortete I have not troubled Israel er aber sagte nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht sondern du Ahab es kommt nun auf dich zurück und das Haus deines Vaters und es kommt alles Stück für Stück langsam auf diese Könige zurück die das Volk von Gott weggeführt haben und das Haus deines Vaters in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Balim nachgelaufen bist und nun sende hin versammle ganz Israel zu mir an dem Berg Carmel warum sagt er Berg Carmel wisst ihr warum denn dort steht ein alter Altar es gibt immer noch einen alten Altar auf diesem Berg er ist niedergebrochen aber das ist der Ort wo die Kinder Israel wo die Kinder Israels Opfer dargebracht haben dort ist der Ort wo der Bund geschnitten worden ist und was tut Elia nun und Gott bringt sie nun in den Mittelpunkt in das Zentrum zurück halleluja er bringt sie zurück zum Zentrum vergiss niemals das Zentrum wer ist das Zentrum Jesus er ist immer das Zentrum und wir finden heraus dass er auch hier dort das Zentrum ist ich habe das vorher gesehen wo Menschen so selbst zentriert sind auf das was er getan hat dass sie die Quelle vergessen und die Anbetung ist so wichtig Gemeinde dass es so wichtig ist dass wir erkennen wer wir sind und dass wir erkennen wer die Quelle davon ist du kannst freimütig und trotzdem demütig sein zur gleichen Zeit und so steht ein Mann Gottes auf und dieser Mann Gottes ist bereit und wir haben eine Bewegung Gottes oder eine Erweckung oder eine Erweckung oder eine Reformation oder eine Erweckung eine Reformation aber Menschen kehren zum Zentrum zurück und nicht jeder hat Gott den Rücken zugekehrt und ihn verlassen sondern es sind einige übrig geblieben danke Vater Amen Amen Vers 19 und nun sende hin versammle ganz Israel zu mir am Parakarmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Asherah die am Tisch Isabels essen wisst ihr was wir haben hat jemand Elia gesagt dass die Baals Propheten am Tisch der Isabel essen vermutlich nicht das würde keine natürliche Information sein aber wenn du Elia studierst und das ist das was wir tun dann wirst du feststellen dass er viele Worte der Erkenntnis und Worte der Weisheit hatte wisst ihr was der Heilige Geist wird uns helfen und selbst zu Zeiten der Konfrontation wird er uns helfen um Dinge zu wissen um Menschen zu helfen um sie zum Zentrum zurückzuführen und so he says bring 450 Prophets of Baal ja nun bringe die 450 Baals Propheten und dann bringe die 400 Propheten die auch in deinem Haus essen und der Elia denkt sich dann oh dieser Mann weiß alles erinnere dich an Jesus als er zu der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hatte und er hat ihr Dinge offenbart und sie wusste nicht dass er es wusste aber er wusste es übernatürlich und das ist das wozu der Heilige Geist da ist er wird dir Dinge offenbaren und zeigen er wird dir Dinge zeigen und wird dir zeigen was du sagen sollst und es geschieht oftmals dass Menschen die nicht von neuem geboren sind und es sieht so aus als würden sie eine Mauer aufbauen oder vor sich haben und dann fängst du an zu reden und du weißt dass sie sich bewusst sind dessen dass du es eigentlich nicht wissen kannst aber der Heilige Geist zeigt es dir und er gebraucht das um das durch die Wand durchzubrechen und das ist das was Gott hier versucht und so wie Raffaela gedient hat jeder hat einen Willen Gott gibt Gelegenheit nach Gelegenheit und er sagt nun sende hin versammle ganz Israel zu mir an dem Berg Carmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten Asherim die am Tisch Isabels essen so Vers 20 Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel und Vers 20 da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten am Berg Carmel und Elijah came unto all the people und Elijah trat zum ganzen Volk hin und sagte how long hold you between two opinions wie lange hing dir auf beiden Seiten warum sagt er das denn er wusste er wusste dass die Menschen das Volk unentschieden waren es gab noch eine Chance für das Volk es war immer noch eine Chance da für das Volk es gibt immer noch eine Chance so wie ich heute darüber nachgesinnt habe und nachmeditiert habe und darüber mit welchen Leuten wir in den vergangenen Wochen gesprochen haben und es sieht so aus nacheinander mit den Personen mit der Raphael und ich diese Wochen gesprochen haben dass es Menschen waren die in die Gemeinde gegangen sind dass sie nicht mehr länger in die Gemeinde gehen aber sie glauben an Gott aber sie gehen nicht in die Gemeinde denn sie konnten Gott nicht finden wo sie hingegangen waren warum ist das so denn nichts anderes als das was sich Gemeinde nennt sind Systeme es ist nur ein System wenn die Leidenschaft nicht an das Wort glaubt und Jesus in ihrem Mittelpunkt im Zentrum hat er muss im Zentrum sein und ich erinnere mich als ich angefangen habe im Predigtdienst und dieser ältere Diener Gottes kam vorbei er schlug mir auf die Schulter er sagte ey man du predigst die Bibel als würdest du es glauben denn ich war ein wenig geschockt denn er war wirklich ernst dabei aber dann erkannte ich immer noch mehr dass es ein großes religiöses System dort draußen gibt und das ist das gleiche was wir hier in dieser Situation sehen und das ist das gleiche was wir hier in dieser Situation sehen es ist sie sind so hart wie Ahab aber Gott zeugt sich um das Volk Gott Gott zorgt sich um das Volk Gott zorgt sich um Deutschland er zorgt sich um Deutschland und jemand muss an die Bibel glauben hier jemand muss an Jesus glauben hier und jemand muss an eine persönliche Beziehung zu Gott dem Vater glauben wie sieht es mit dir aus wie sieht es mit uns aus wie sieht es mit einem anderen Menschen aus sie sind viele Menschen die aus halten nach Gott sie sind eingezwängt und unentschieden zwischen zwei Seiten und Gott möchte uns gebrauchen um das echte zu bringen um die Menschen zum Zentrum zu führen und dass Menschen die Gott verlassen haben sie zurück zu führen deshalb hatte eine Frau eine Schwester vor einigen Wochen in Nürnberg ein Zeugnis die gesagt hat wie oft sie schon in die Kirche gegangen ist und die hat dann geantwort was du gehst so oft in die Kirche und du bist nicht kaputt warum hat sie das gesagt aufgrund der Religion Religion drückt Menschen nach unten es bindet Menschen an ein System wir sind keine Religion unser Gott ist lebendig er lebt echt er lebt in uns er lebt durch uns und was sagt Elijah nun wie kann es sein dir dass er zwischen zwei Seiten hinkt die opinion of what the God that lives and Baal how long are you going to stay between the two for which Meinung entscheidet ihr euch God's going to demonstrate himself he's going to demonstrate himself God's going to demonstrate himself we're living in the time of demonstration we're living in the time of demonstration how long how long how you between two opinions now look at this if the Lord be God follow him but if Baal then follow him but if the Baal then follow him but the people answered him not a word answered him not a word why maybe fear maybe fear but they didn't say but but Elijah knew but Elijah knew and remember this you don't know what's going behind going on behind the scenes but God does and he knows what's going on in the lives of the people that you're in contact with but he knows what in the people there are there with whom you're in contact and the Holy Spirit will help you and Elijah knows that these people are still thinking about God and they're thinking between both Baal and the God that they used to follow and they're thinking about Baal nach about about the God whom they before after followed and some of them are thinking you know the king is not leading us in the right way but can you see this are you getting something tonight two opinions it's interesting because this term halt it says how long do you dwell between two opinions yeah dieser Begriff wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten so heißt es im Deutschen wisst ihr was das im Hebräischen bedeutet es bedeutet betrunken zu sein and for some of you that were in the Bible school on Friday night where we were teaching about the day of Pentecost where we were Pfingsten gelehrt and we find out that Isaiah prophesied that on the day of Pentecost the leadership in Jerusalem would be drunk on religion it's the same we have the same situation all these prophets are bailed ahab they are only thinking in their own world they can't see anything else they are completely consumed aired in vision this is why it's so important that that you don't just say well the preacher said everybody must have a Bible everybody must check things out in the Bible what they hear in the word what they hear in the word is Jesus the center of it all he's not a way that would be an opinion but he is the way he's not an opinion he's the way he's the way he's the truth he's the truth he's the life he's the life and when Elijah comes on the scene he uses the lord god er verwendet den ausdruck der her god kann sich jemand an die lehrserie erinnern wo wir die jehova namen gottes gesprochen haben und gelehrt haben was haben wir durch diese lehrserie heraus gefunden wenn du einen hinweis hast auf den herrn gott im alten testament wer ist das dann es ist jesus im alten testament man was saved in the old testament just like man is saved in the new testament it all goes back to jesus so wie menschen im alten testament errettet wurden so werden sie im neuen testament errettet es geht alles auf jesus zurück every time lord god lord god lord god it's always bringing people back to jesus we are in him he's in us brings it back to jesus he is the way he's the truth he's the lie it brings it back to jesus your identification is not with pastor mark your identification is not with prophets such and such your identification is with jesus and so the first thing that elijah is going to do in confronting this is to bring the people back to the lord god jesus it's the responsibility of every minister to bring the people's focus to jesus es ist die verantwort eines jenen diener gottes die menschen ihren blick und ihre sicht auf jesus allein zu richten hallelujah jesus is jesus is jesus is jesus is jesus is jesus der herr he's the lord of the old and he's the lord of the new all those animals all those sacrifices in the old testament represent christ all these opfer die im alten testament haben jesus repräsentiert now think about this in the old testament they had to cut covenant and that covenant always represented to them what jesus would do and they haven't cut covenant and they haven't cut covenant so what's elijah going to do so was tut elijah nun he's going to take him to the mountain where the altar is where they used to think about the lord god where they used to cut the covenant where people made a decision and got saved in the old testament and what's he going to do he to bring all these prophets of Baal to that mountain that's a hammer and he's not afraid and he's not afraid you don't have to be afraid of people that are full of the devil hallelujah he's not afraid he has not afraid and he brings all these people and he brings all these people these prophets and Ahab the king that's supposed to be leading the children of Israel to keeping the covenant and what does he say again they've been told your god is dead 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 if the lord god be god follow him but if baal then follow him and the people answered him not a word fast 21 when the her the god is then folgt him nach when but the baal then folgt him nach and but that volk antwortete him kein word wow wow you remember back in moses time you remember back in moses time you had the same situation you had the same situation and who stood up the levites the leviten do you remember during joshua's time erinnere dich während der zeit joshua's they were between two opinions they were unentschieden zwischen zwei meinungen what did jesus say was sagte jesus follow me folgt mir nach follow me folgt mir nach hallelujah do you remember in the book of revelation erinnere dich an das buch der offenbarung god says that he he doesn't either hot or cold he was talking about those two opinions make a decision er spricht über diese zwei meinungen er sagt triff eine entscheidung amen make a decision triff eine entscheidung make a decision triff eine entscheidung jesus in everything make a decision jesus in allem treffe eine entscheidung 100% for god make a decision 100% for god triff eine entscheidung there's no two worlds living in the world during the week and for god on one day a week no no two decisions here make a decision when you go to work god's in you to work through you when you go home god's in you to work through you i'm telling you your life is full of god in every area 100% hot for god tell your neighbor hot for god burning for god brenne for god hungry for the word hungry to fellowship with god hungry hungry hot for god hot for god hallelujah hallelujah well let's look and see what happened oh my goodness we're done okay okay we're done wow i went way over i didn't know that i'm sorry oh i'm 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 you guys are vacuum cleaners tonight you are like staubsauger good ones good ones lord i thank you for your word i thank you for teaching us tonight and i thank you and i thank you that lord maybe we're one person yeah vielleicht sind wir eine person in the middle of 400 in the middle of 400 but greater is he greater is he that's in us and we know there are multitudes more und ich weiß es sind viele menschenmassen in this nation hot for you in this nation hot for you and we know there are many and i know there are many that are out there that are in the middle decisions die draußen sind die zwischen zwei in einer in einer in einem in einem tal der entscheidung stehen and we pray father send us across the people's paths send us über den weg dieser menschen the right people the right time die richtigen menschen zur richtigen zeit lord that we can give them opportunities that we ihnen gelegenheit geben können that you speak through us that you speak through us your word and supernaturally with the gifts of the spirit and übernatürlich mit den gaben des geistes to bring them to you um sie zu dir zu bringen you love them you're for them du liebst sie du bist für sie and you want the best und du möchtest das beste and we thank you father und wir danken dir father dass du durch uns wirkst in jesus name hallelujah amen 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 thank you jesus well helga is here nun and she's the one that got this going yeah helga is here and she has this it's time for happy giving es is time for it's glückliche geben amen amen those of you on the internet you can give happily to and you're helping us keep us in your prayer yeah behaltet uns in euren gebeten keep my wife in your prayer yeah behaltet auch meine frau im gebet you know she's a woman minister on the front line yeah she's a woman minister on the front line and and it's a little bit different and it's a little bit different for women than men right now for 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 men right now that are in ministry die im dienst im geistigen dienst stehen and and pray und betet you know it's important pray es ist wichtig betet and she's not telling me to tell you this or anything like this and she's not depressed or anything like that I'm not but I'm just saying pray for she's on the front line she's doing super she's doing super she's doing super but every once in a while the wind tries to blow from the outside of people that want to say some crazy stuff but you know what God's going to pioneer through women a way for women to stand up and do what God called them to do and for us you know I'm not looking to whether or not a person's a woman or a man I'm just I'm looking at hey what kind of gift is in that person's life amen and everybody is important everybody so women I love you and we love you and men I love you and the women say I love you and we just love each other amen so let's happily give so let's uns glücklich geben thank you Jesus thank you Jesus it's great to have a great crowd on Wednesday nights Es ist großartig, eine große Gruppe hier zu haben vor Ort. Ihr seid das Beste. Gott gebraucht auch den Paul, um Türen zu öffnen. Wir hatten eine große, eine Haupttür geöffnet bekommen durch Paul. Alles gehört ihm. Und Gott kann unsere Sachen gebrauchen. Amen. Halleluja. Helga kommt nach vorne und betet das. Würdest du es tun? Helga kommt nach vorne und betet dafür. Ich bin so glücklich darüber, dass du hier bist. Das ist eine wunderbare Frau. Und Gott hat eine Menge getan durch sie. Sie ist wie eine Mama. Spielt jemand ein bisschen für mich? Danke. Das finde ich so schön. Ich liebe Musik. Ja, Amen. Das ist gut. Und wenn mein Pastor singt, dann liebe ich mich. Oh, das ist gut. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Papa, ich komme mit dem Opfergeld von deinen Kindern, Vater. Vater, und ich bitte dich in Jesu Namen, multipliziere dieses Geld. Yes, Lord. Multipliziere es und lass es 30, 60, 100-fältig zurückkommen, Vater. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir uns deine Kinder nennen dürften. Ich danke dir, dass du uns so mächtig segnest. Dass du so gütig bist, so barmherzig, Vater. Und dass es dir ein Wohlgefallen ist, wenn wir Finanzen besitzen. Du liebst uns und du willst, dass wir unsere Scheunen voll sind, so steht es geschrieben. Das sind unsere Kühlschränke und unsere Vorratskammern. Und dass unsere Keltern vom Most überfließen, hast du gesagt, Papa. Das sind unsere Bankkunden, die fließen jetzt über, Vater. Danke, dass du uns so segnest, Vater. Dass wir alles haben, was wir benötigen. Und das Schönste, Papa. Dass wir geben können, Vater. Dass wir segnen können, Daddy. Dass wir in den Dienst hier segnen können. Dass wir anderen Diensten helfen können. Und dass wir Armen, Unterdrückten und Verfolgten, Vater, helfen können. Ah, danke, Papa. Ich bin so glücklich, Papa. Danke, Vater, dass deine Himmelfenster offen sind. Für deine Kinder, Vater. Danke, danke. Du bist ein wundervoller Vater. Und wir lieben dich so sehr. In Jesu Namen, Vater, danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Halleluja. 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 Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Helga. Amen. Thank you, Helga. Let's pray for Renate. Let's uns mal für die Renate beten. Thank you, Father. Danke, Father. Lord, we just thank you for Renate. Father, wir danken dir für die Renate. And, Father, she's growing and growing. Sie wächst und sie wächst und sie wächst. And we're so thankful for what you're doing in her life. Und wir sind so dankbar dafür, was du in ihrem Leben wirkst. And for all the people's lives that are being changed through her. Und für all das Leben der Menschen, die durch sie verändert worden sind. Oh, Father, you use her in the stores. You use her on the bus. You use her in the U-Bahn. You use her, Father, everywhere she goes. Ja, du gebrauchst sie am Laden, in der U-Bahn, im Bus, wo immer sie auch hingeht. Und wir danken dir, Father, für ein großartiges neues Jahr für sie. Wir feiern, Lord, diese Zeit des Geburtstags. Als du Renate in die Welt hineingebracht hast. Und sie ist deine Tochter. Und wir danken dir, Father, für ein langes Leben. Für Gesundheit. Für alles, worauf sie ihre Hände legt, es wird wohlständig sein. Für die Führung des Heiligen Geistes. In ihrem Leben. Schutz. Danke dafür. Father, you're working in your family. Anyone that's not saved. Pray labors into their lives. Ja, wir bieten dich für Arbeiter auf ihren Wegen. In Jesus' Name. In ihrem Leben. In Jesu Name. Danke, Father, for victory. Hallelujah. Thank you, Lord. Danke, Herr. Hallelujah. Shikamboros toya. Thank you, Lord. Mannix, I want to pray for you. Thank you, Jesus. Mannix, ich möchte auch für dich beten. Halleluja. 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 I don't know. It just keeps coming. The right one will come. The right one will come. Ja, ich habe so den Eindruck, die richtige wird kommen. And you made a decision. Du hast eine Entscheidung getroffen. And you won't compromise. Und du machst keine Kompromisse. But the right one will come. Aber die richtige wird kommen. And it'll be a great blessing. Und sie wird ein großer Segen sein. It'll be a powerful team. Ihr werdet ein kräftiges Team sein. And there'll be a lot of fruit that'll come forth. Und es wird eine Menge an Frucht sein, die hervorkommen wird. The right one will come. Die richtige wird kommen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. Father, we just thank you. We thank you for victory in Jesus. Wir danken dir für den Sieg. Halleluja. Halleluja. Da ist jemand oder am Internet, ich weiß nicht. Der hat für was gebetet. Und ich soll sagen, das kommt morgen. Morgen. Das kommt morgen. Amen. Halleluja. Halleluja. Yes. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Let's praise God in this place tonight. Thank you, Jesus. Lass uns den Herrn anbeten heute. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Saturday Am Samstag Martin und Emma werden eine wunderbare Hochzeit haben. Die Information ist out there on the refrigerator. Und wir schauen voraus auf eine gute Zeit. Für diejenigen, die interessiert sind an einer Bibelschulegruppe, I'm going to go to Africa. Ich gehe nach Afrika. And then when I get back, we'll get started. Und wenn ich wieder zurückgekehrt bin, dann werden wir beginnen. If you want to get started, you can. Go on the Internet. It's on there. You can download it. It's free. Ja, wenn du damit beginnen möchtest, dann gehe ins Internet. Du kannst es herunterladen. Du kannst anfangen damit. Es ist kostenlos. We'll get some more groups going. Ja, wir werden einige neue Gruppen starten. We're already in a new, we have one group here and then there's one in Passau. And it's really doing good. Ja, wir haben eine Gruppe hier und eine in Passau. Und es ist sehr, sehr gut. So, wir lieben euch alle. What? Also, ich habe noch ein Gebetsanliegen. Ich war heute zur richtigen Zeit im Laden. Und da kam jemand vorbei. Den habe ich auch gleich wieder erkannt. Den habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. Und ja, dann habe ich gefragt, so wie es geht und alles so und habe einen Kaffee getrunken. Auf jeden Fall. Das war so eine Chance. Also, er hat auch gesagt, also war ganz erstaunt und überrascht, was wir hier so tun und so. Und ich habe dann auch mit Weisheit sagen dürfen von Gott und alles. Und er hat auch gesagt, er kennt die Bibel. Und ich glaube, das ist so eine Entscheidung. Und er hat mir aber auch erzählt, also auch mit positiven Gedanken und so weiter. Auf jeden Fall hat er auch erzählt, dass er an Krebs erkrankt ist. Und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam für ihn beten. Und dann hat er mir so erzählt, was alle anderen, die wir halt so gemeinsam kennen. So, der eine ist mittlerweile gestorben. Und ein anderer, den ich sehr, 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 sehr gerne mochte. Der hat irgendwie Gefäßerkrankungen. Den haben sie jetzt ein Bein abgenommen. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Also, ich habe mich sehr berührt. Und ich würde gerne, dass wir für die beiden beten. Das ist der Steffen und der Robert. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir als Priester zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir dir diese beiden Männer hochhalten dürfen. Und ich danke dir für dieses göttliche Treffen, und dass du eine Chance vorbereitet hast. Ich danke dir, dass ich mit Weisheit erzählen durfte. Vater, wir beten für diesen Samen. Wir beten, dass es Frucht bringt. Wir gehen gegen jeden Geist der Verblendung. Und im Jesu mächtigen Namen. Und wir sprechen, dass der Robert und auch der Steffen und der Kai, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen, der heute noch Zeichen und Wunder tut. Vater, wir beten für den Robert und wir sprechen über ihn aus. Er ist frei im Namen von Jesus Christus von Krebs. Er ist in den Wunden von Jesus geheilt. Und er wird erkennen, dass du es warst, im Namen von Jesus. Vater, und auch der Steffen, Vater, ich danke dir, dass er dich finden wird, Vater. Und ich danke dir, dass wir ihn dir hinhalten dürfen. Danke, danke, dass du mehr Arbeiter über ihren Weg sendest. Danke, Herr, danke. Danke, danke, dass du mehr Arbeiter über ihren Weg sendest. Danke, Herr, danke. Danke, danke, Halleluja. Jesu Namen beten wir und danken wir. Danke, Vater. Halleluja. Amen. Amen. Something else? Okay. Rudolf, all right. Noch etwas? Okay, Balou said, pray for Benjamin. Okay. Balou hat geschrieben, bitte gebet für Benjamin. Did he say for what, Rudolf? Hat er gesagt, für was? All right. We're sorry, you guys, on the Internet. We're still getting this computer fixed, so we can have it up here. Ja, tut uns leid, ihr, die ja am Livestream seid. Wir haben noch Schwierigkeiten mit dem Computer. Er wird, ist noch in Reparatur. If you could, let me know a little bit, Balou, because I'd like to know what we need to pray for. Ja, wenn du uns wissen lässt, wofür wir beten sollen, Balou, und wer ist gut? Für was? Suicidal tendencies. Okay, all right. All right, let's pray for Benjamin. Lasst uns für Benjamin beten. All right. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We go against every spirit of suicide. Ja, gehen wir gegen jeden Geist des Selbstmords an. We don't know what has happened in this person's life. Wir wissen nicht, was in dem Leben dieser Person vorgefallen ist. But we know one thing. Aber wir wissen eines. It didn't come from God. Es kam nicht von Gott. Und wir wissen, dass diese Dinge durch Gedanken beginnen. Und im Namen von Jesus. Binden wir jeglichen Geist von Selbstmord. Wir gebeten, dass du die Gedanken dieses Mannes verlässt und sein Leben. Ja, wir beten für jeden anderen Christ, der in Kontakt mit ihm ist. Dass er die Weisheit Gottes bekommt, die richtigen Dinge zu sagen. Und dass sich diese ganze Situation zum Guten wendet. Im Namen von Jesus. Benjamin lebt für Gott. Gott lebt in ihm. Und er ist voll der Freude des Herrn. Seine Gedanken sind vollkommen erneuert durch das Wort Gottes. Diese Freude-Natur, diese Liebes-Natur wirkt in ihm. Er weiß, dass er wichtig ist. Und er ist geliebt von Gott. Durch dich, Vater. Und wir sprechen es jetzt. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke für den Sieg. Vielleicht schreiben Sie ihn privaten. Okay. Okay. In dem Namen von Jesus. Jede Person. Die nicht von Gott ist. Die aussieht wie Gott. In dem Leben dieser Person. Wir beten, dass es abgeschnitten wird. Und dass die Wahrheit hervorkommt. Wir sprechen es jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr, für den Sieg. Danke für den Sieg. Amen. Hab die beste Nacht. Wir lieben Sie. Ihr seid Gottes Bestes. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Amen. Hab die beste Woche. Amen. 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 Amen.